Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor es losgeht, ich distanziere mich von diesem Mann hier. Egal, was in diesem Video gesagt wird, ich habe mit diesem Mann nichts zu tun. Ich kenne diesen Mann nicht. Egal, was für Sprüche er macht, ich habe damit nichts zu tun. Ich reagiere jetzt einfach drauf, weil ein gewisser Karibik-Hendrik, 2910, K-R-O-O-O-O-Y-N und Ali-K-F-T-03, der gerade H-H-H-H-H-H-H schreibt, weil diese Personen mir das empfohlen haben. Also egal, was hier passieren sollte, ihr könnt euch bei diesen Menschen beschweren, ja? Passt. Wir gehen rein, gute alte Abirane-Video, sie will Schutzgeld von mir. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich sieben Kinder hab. Hey, also erstmal groß Dank, schön, dass du das Video eingeschaltet hast und willkommen bei... Ich weiß, wir haben uns seit zwei Jahren nicht gesehen, aber ich muss mich heute wieder etwas beeilen. Ich hatte nämlich Corona, ja, Leute, ihr fragt euch jetzt sicherlich, wer kriegt 2024 noch bitte Corona und wie... Bruder, wie kann man ehrlich 2024 noch Corona haben? Ich dachte, das Ding ist schon weg. Wie war's bitte? Paar von denen sind voll gerotzt und paar... Baaaaaah! Ihhh, warte, was hat diese Milch hier verloren? Steckdose mit gefakte Ladekabel, Taschentuch Toilettenpapier, Taschentuch Giz, Taschentuch Giz... Ein Kaugummi einfach, ein Schneidebrett, da hab ich schon eine Pizza drauf, Teller mit Löffel und einfach eine Packung Milch. Und einfach, weil das Arwin ist, find ich dieses Loch ein bisschen sass. Also voll gejisst, ja. Jetzt versuch mal zu raten, was wo drin ist. Hören Sie, ich war vor zwei Jahren Ihr Uber-Fahrer, was machen Sie bei mir zu Hause? Gott sei Dank bin ich jetzt immer wieder gesund, ja, aber das ist auch der Grund, warum letzte Woche kein Video kam. Ich war todkrank, ja, und glaub mir, in solchen Zeiten merkt man wirklich, dass Gesundheit an allererster Stelle kommt, ja. Rede. So, warte, ich mach ganz kurz wieder lauter. Also nach dickmöpsigen Latinas. Was machen Sie? Um dickmöpsige Latinas geht's aber heute nicht, ja. Oh, warum? Nö. Ich ahne nichts Gutes. Äh, Aljö? Ich bin live. Ich bin live und man hat das gehört. Ich hinterfrag auch gar nicht. Ich hinterfrag auch gar nicht. Ich bin auch froh, dass ich bei Icon 6 nicht mitgemacht habe. Ich will nicht wissen, was passiert wäre, hätte ich meine Duschpause bekommen. Pff, Junge, Junge, Junge. Es geht auch nicht hier um den freshen Taper-Fade, ja. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich hab das wieder selbst geschnitten, ne. Schreib mal wirklich in die Kommentare, so geht das klar, sieht das gut aus. Nein. Mann! Ich hab Angst. Adjö? Ey, Moro, ich wollte nur hier Dropbox-Ordner kaufen. Ich hab gesehen, du hast Preise hoch gemacht. Arrono, ich hab, hallo, ich hab, hallo, 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 ich bin live. Ah, scheiße. Ich hab... Moro, sag doch ganz kurz ja. Bruder, du hast doch gerade... Ich hab keine Dropbox-Ordner, Junge. Bruder, von wem sind die denn? Was? Wie, Bruder? Ich seh doch, dass das deine Füße sind. Ich will nur hier... Ich hab keine... Ich hab keine... Ich hab keine mehr, Moro. Das war mal, das war... Das war... Das ist ein alter... Das ist ein alter Ordner, Moro. Ich hab den so aus Spaß genannt. Da sind keine Fußbilder drin. Inflation war, Moro. Yani, darf ich kein Geld verdienen? Jeder darf, ich darf nicht. Yani, reicht nicht, dass ich dir jeden Monat 89 Euro schicke, damit ich deine Füße senken kann. Du machst doch höher, yani. Lennün, du musst das auch öffentlich ansprechen. Du musst jetzt auch noch live sein. Du kannst mir auch einfach schreiben. Ja, das stimmt. Oğlum, 31 çekerken, ich beni marriere, und dann schon mü checken, lan? Yok, oğlum. La, oğlum, insan oralara nie... La, oğlum, oralara nie gidiyorsun, sende. Sende bir hastalık var, Burak. Hastalık bende mi, sende mi, morok? Sende. Bende. Sende. Ya, canlı yayını açtın konulara, bak, bende sıkıntı diyorsun yani. Sıkıntı sende. Bende, tabi, tabi. Sıkıntı sende. Tabi, fiyatları yükselt, ondan sonra sıkıntı bende, değil mi? Alma o zaman, alma! Alma! Ja, skip things... Ich schicke dir, ich schicke dir Link, wir machen 10%. 10% ist wenig, Burak. 15. 20. Black Friday 30. Barte, du hast 20 gesagt, lass 20 machen. Nein, 30% ist gut. Nein, 20% ist besser. Nein, nein, nein. Ich habe keinen Akku, mir hat er kapattet. Nein, ist er kapattet. Ich habe keinen kapattet. Du hast keinen Akku, leg auf. Du hast keinen kapattet. Nein, leg auf, du hast keinen Akku. Nein, leg doch auf, Bruder. Nein, Bruder, leg doch einfach auf, Bruder. Warum legt der jedes Mal auf? Ich bin zwar kein Friseur, aber glaub mir, so ein bisschen was habe ich schon drauf. Ich wollte aber damals immer Friseur werden. Ja, ich weiß noch und heute, jetzt will ich Millionär werden. Bro, ich wünsche dir, ich wäre Millionär. So wie mein Onkel. Dein Onkel ist Millionär. Nein, nein, er wünscht sich auch Millionär zu sein. Ich merke, wir reden schon mehr so viel. Wir kommen nicht zum Thema. Heute ist wirklich ein großer Tag, meine Freunde. Ja, ihr werdet es nicht glauben. Schnallt euch an, Kübler ist weg, ja. Mich würde voll interessiert. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wisst ihr überhaupt noch, wer das ist? Kurz Zusammenfassung, ich habe 2019 so auf Instagram-Rapper reagiert. Das ist auch das Format gewesen, was mich so, ja, ein bisschen groß gemacht hat, ne. Und das Video zu ihr ist auch eines meiner bekanntesten Videos gewesen, glaube ich. Boah, Legende, Alter. Ich habe die lange nicht mehr gesehen, ja. Ja, wo auch teilweise sowas entstanden ist. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie, Arwin? Kübler ist wirklich zurück? Geisteskrank. Weiblicher Ono-Ja... Ist das krass. Lass sie doch in Ruhe, Junge. Wenn meine Frau rappen würde, ne. Ich hätte sie so geschlagen, Alter. Krass. Distanzierung. Maximale Distanzierung. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne ihn nicht. Ja, ne Tschüss, Bruder. Bitte. Gar nicht rappen dafür. Wie meinst du? Ich meinte, dass ich hier ein Gedicht geschrieben habe, ja. Ich mache selber Musik. Das weiß, glaube ich auch, oder? So, okay, wusste ich gar nicht. Interessant, lass mal her. Okay, pass auf. Dein Lächeln leuchtet sanft und klar. Mein Herz schlägt schneller. Wunderbar. Du bist mein Stern in dunkler Nacht, der meine Seele glücklich macht. Ich frage mich oft, was du nur laberst. Warum ist das so gut, aber? Deshalb geh und weiß... Geh und weiß in den Penis deines Vaters. Guck mal. Das ist krank. Das Wichtigste ist, ich will euch sagen, man sollte wirklich... Wir wollen hier niemanden fertig machen, ja. Und damit das klar ist, ich sage das nicht, weil ich Angst vor ihr habe. Also, wirklich nicht. Kübler und ich sind befreundet, ja. Hat sie auch selbst gesagt, solange ich rechtzeitig überweise meine... Ich brauche mir also an sich keine Sorgen zu machen, ja. Oh, das ist ziemlich heiß hier, ne? Extrem heiß, ja. Fast so heiß wie... Das ist wie das Black Friday-Angebot bei Amora Frequenz. Ihr habt richtig gehört, morgen ist Black Friday und die Düfte werden nur einmal im Jahr so günstig sein. Bis zu 30% Rabatt könnt ihr auf die Düfte bekommen, ja. Wow, ich wünsche dir viel Erfolg, mein Bruder. Leider trennen sich manchmal die Wege, deshalb müssen wir jetzt ganz kurz so machen. Aber ich gönne dir das Beste, mein Bruder. Ich mag sie wirklich, ich liebe sie, ich versuche sie zu klären. Wieso und warum und wie das geht auf den Grill, super lecker, zeig ich euch gleich. Wie auch immer, wir reagieren jetzt im 2019er Style auf Clips von ihr und ja, ich würde sagen, wir arbeiten jetzt nicht lange drum und wir kommen direkt zum Video, okay? Los geht's. Oh, ich rede die Rollbörner. Hätte diese Line einer eurer Lieblingsrapper gemacht, hätte die gesagt, war geil. Okay, erst mal. Ja, wie sag ich... Eeeh! Was? Olam, ich ne bir şeyler ergirio Moro. Nicht alles, was man online sieht, muss man... Hallo? Man jetzt direkt tot feiern. Töbe, safurullah. Töbe, safurullah. Ich ne bir şeyler ergirio, da man. Und das ist mein Adam und ich ne bir şeyler ergirde. Und diesmal beim Gier mit ihm, aber irgendwas passiert da gerade. Internet nur bei mir, nein, nein, das kein Internet, das ist Avins Video. Irgendwas passiert da gerade. Ist jetzt sie so geschlagen. Au du billah, also ich hab damit nichts zu tun. Mir fällt gerade auf, sie ist gerade hier einfach im Wald, ne? Und an sich ist ja alles gut, weil ich meine, da hört sie ja Gott sei Dank kein Mensch. Aber theoretisch so, ich stelle euch vor, ihr seid ja jetzt auch gerade so im Wald da, so in ihrer Nähe, ne? Und ihr hört sie so rappen. Was würdet ihr euch denken? Jeder Tag, an dem ich nicht mein Vater in die Arme lehnen konnte. War ein Tag, an dem ich am... Wann wird ein Dick jetzt? Hörni, horni, horni. Der ist zum Elbungen der... Aboaaah! Ehehehehehe... Junge! Mach alles aber doch nicht das! Mach alles aber doch nicht das! Achtet mal, Mittag und... Wie er sogar diese Geräusche nachmacht. Ein Tag, an dem ich am... Wann wird ein Dick jetzt? Der Zellentreck ist runterloppt. Hörni, horni, horni. Der ist zum Elbungen der Pute drin. Ich bin Spaß. Ey, das war wirklich, ich glaube, einer der räudigsten, einer der räudigsten Memes, die ich je von ihm gesehen habe. Ist das krass. Ist das geistkrank. Weißt du, ne? Jetzt haben wir einen so anderer Beat, andere Melodie, komplett anderer Text und das Lied wäre an sich so gut von sich geben. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber vor kurzem wurden einfach so Aufnahmen von Saddam Hussein vor Gericht gelegt. Bruder, ich hätte mit allem gerichtet, aber nicht mit Saddam Hussein... Bruder. Hendrik drückt ein Euro ab. Ich habe das nicht empfohlen. Distanz. Ich hätte mit allem gerichtet, aber nicht mit dem Vergleich. Ich habe das Gefühl, sie ist ganz gut im Takt. Ja, also ich, an sich, ich mag, ich liebe ihre Musik, ja. Solltet ihr auch, wenn eure Familie euch wichtig wäre. Aber jetzt noch Spaß, ihr werdet eine Sache verstehen, okay? Der Grund, warum es wirklich absolut ehrenlos ist, sie jetzt hier komplett fertig zu machen, ist, weil wir sind alles Menschen und wir sammeln unsere Erfahrungen, ja. Selbst Kübra oder so. Ich meine, wenn ihr ihren Rap nicht feiert, dann, äh, sie übt diese Kunstform, die sie da macht, jetzt einfach so ein bisschen aus. Und wenn es was wird, wird es was. Und wenn nicht, dann wird es halt nichts, keine Ahnung. So, vielleicht spielt sie am Ende bei einer Serie mit oder so. Verpisst euch wieder in eure Zellen. Ich habe alles die ganzen Jahre hinter, Gitte, irgendwann mal zu bereuen. Okay, ihr werdet es nicht, glaube ich, schnallt euch an, ja. Kübra und ich sind ja im Kontakt gewesen, ne, und sie hat mir einfach schon so ihren Stuff gesendet, den sie noch... Äh, noch gar nicht... 5 Uhr 1, aber auch eine wilde Uhrzeit. Hochgeladen hat, so. Wir können jetzt einfach direkt darauf reagieren, ohne dass andere Leute es gesehen haben. Also hier, äh, Premiere auf meinem YouTube-Kanal, ja. Wie gesagt, sie meinte, ich soll mir das angucken und, äh, ja, sie meinte auch irgendwas mit, äh, ja, bewerte ehrlich bitte. Und wenn es ihr nicht gefällt, ruf schon mal deine Krankenversicherung an. Irgendwie sowas hatte ich gesagt. Keine Ahnung, was sie damit meinte, aber wir hören auf jeden Fall rein. Kranken hat ein Ende, ich bin wieder weg. Meine Zeit ist da, ich breche das Gesetz, ey. Meine Jungs machen fünf Finger rabatt. Ich krieg von deutschen Staaten nicht mal einen Zeit betreut, ey. Wir machen schlau. Okay, äh, jetzt ist es hell in dem Weiß... Bruder, wenn die bei Eike mitgemacht hätte, die hätte einfach paar Leute geklatscht, glaube ich. Einfach so, bam, einfach so einen Nackenklatscher. Zur Seite! Boah, ich hätte so gefeiert, hätte man das in Aufnahmen gesehen, wie BZ und Kübra sich ein Jahr kriegen. Boah, das wäre so geil gewesen. Sie gegen Almo, ich sag dir ehrlich, die hat Almo gefressen. Die hat... Also jetzt nicht in dem Sinne so. Die hat Almo... Junge. Wala, sie rappt gut. Also, ihr müsst euch so vorstellen, das ganze Ding, ich sag das, weil ich Angst habe. Das ganze Ding ist, ich hab Angst und sie rappt halt live. Das ist halt kein Studio, was sie gerade zeigt, weil ich Angst habe. Alter, also ich weiß nicht, hat die Schwester da übernachtet oder was ging da bitte ab? Nicht falsch verstehen, ich will sie jetzt auch nicht abfacken, ja? Wenn du mich abfackst, dann fick ich dich, du und du... Aber warum kann man einfach wirklich wortwörtlich alles nehmen, was sie sagt und daraus einfach machen, was man will? So, ich schwör's euch. Das, was sie macht, ist irgendwo Kunst. Ja, ich feier das wirklich. Spiel das Spiel mit dem Pongodil. Du bist... Wir machen Schlaf. Mach dir die Fälle. So hab ich das Ganze nicht in Erinnerung. Auf die Straße, komm ich... Ist euch heiß, ich weiß nicht, wie es euch heiß ist. Auf die Straße, komm ich, sind mein Kamm echt schnell. Red mal Tacheles, ja, ne, du weißt es. Ich bin Straße, komm, du weißt es. Tratsch aus unterwegs, weil die Rücken haben. Ey, dieser Song ist so gut, dass sogar ein Leeroy aufstehen würde, um ihn auszumachen. Also, damit hab ich nix zu tun. Ich bin ehrlich, ihr könnt alle sagen, was ihr wollt, aber Kübler ist ne absolute Legende, okay? Ich schwör jetzt mal wirklich, dass ihr eine Sache versteht, ja? Bei diesem ganzen neuen ADHS-Content, den es heutzutage gibt, ja, was schaut ihr euch lieber an? Diese neuen langweiligen Mainstream-TikToker von heute oder so ne unterhaltsame Rapperin, bei der man wirklich lachen muss, ja? Ich sag euch eine Sache, Leute, wenn eine Person mich so zum Lachen bringt oder es schafft mich in irgendeiner Form so zu unterhalten, dann mach ich diese Person nicht fertig, ja? Lass die Leute doch einfach ihr Ding machen, so. Allein diese ganzen Memes von ihr, die wir ja alle so feiern, die würden ohne sie nicht entstehen. Ohne sie wäre das Ganze hier nicht möglich, deswegen schaut mal wirklich bei ihr vorbei und lasst auch ein Like bei ihr da. Und ja, ich sag das Ganze freiwillig, ja. Bitte, ihr müsst mir glauben, dass ich das freiwillig... Ich fühl mich so, wie wenn's gerade so ein Comeback von so einer alten Kindheitslegende von mir gibt. Nein, aber guck mal, ich will euch mal zeigen, wie korrekt Kübler eigentlich ist, ja? Wir haben vor kurzem geschrieben und ich finde, anhand dieses Chats sieht man, dass sie nicht nur extrem bodenständig ist, sondern auch wirklich respektvoll gegenüber anderen Menschen. Hey, ich wollte dir nur mal sagen, dass ich es echt cool finde, dass du wieder zurück bist, trotz der Sache, die du damals meiner Familie angetan hast. Leben meine Kinder eigentlich noch? Egal, spielt gar keine Rolle. Was ist das für ein Chat? Ey, was würde passieren, wenn einfach mal so LKA oder BKA Arwins Handy so untersucht? Überleg mal, was für Chats da sind. Ich feier dich mal. Ach, du Kacke. Ja gut, wir haben unser Bestes gegeben, so wir sind respektvoll, sie war respektvoll zu uns und deswegen... Oh, Internet ist wieder da. Passt. Niemand, absolut niemand, mein Vater, der Milch holen gegangen ist damals und jetzt mitbekommen hat, dass ich erfolgreich bin. Ja Leute, was soll ich euch sagen? Wenn Gott mir beisteht, war das jetzt nicht mein letztes YouTube-Video. Es war das letzte YouTube-Video. Es war noch viel vor in meinem Leben, deswegen machen wir jetzt einfach das Beste draus. Wenn ihr wollt, dass ich überlebe, ja, Kübra hat gesagt, wenn das Video hier 10.000 Likes bekommt, passiert mir nichts, deswegen lasst bitte ein Like da. Und noch viel wichtiger, ja, kommentiert bitte, kommentiert bitte mal, was ihr denkt, wie hoch die Rechnung meiner Krankenkasse sein wird. Gönnt euch den Black Friday-Saber-Arm. Gute Alte, gute Alte. So, check das hier auch ab, Arwin, ich liebe dich, nur Liebe für dich. Krälchen, jo, immer Krälchen, jo. So, dann haben wir auch Klaus Grillt, gute Alte, super Video. Machen wir einen Daumen nach oben, damit Arwin noch auf YouTube bleiben kann und er nicht gepackt wird, weil ich aber auch ein bisschen Angst vor ihr. Also, da waren wir wieder so Oldschool-Feelings in den Videos, weil diese Instagram-Rap-Dinger, die kann man ja gar nicht mehr machen, weil keiner macht mehr Instagram-Rap. Früher war das voll cool, Alter, ich habe ja auch auf YouTube so ein Format gehabt, aber geht ja, wie gesagt, leider nicht mehr. Ja gut, damit würde ich sagen, war es mal, meine sehr geehrten Damen und Herren, lasst noch nach oben da, schreibt in die Kommentare, welche Line ihr von Kübra am besten fandet. Hört auf zu schreiben, jetzt Onojan beim Essen gucken, Onojan Beste. Hört auch auf zu schreiben, Onojan kannst mir deine Füße schicken, das wäre wirklich sehr nett, weil meine Mama liest auch manchmal die Kommentare. Lasst ein Abo da, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.